Tja, meine lieben Freunde, zuallererst möchte ich mich bei euch entschuldigen, dass es die letzten Tage so still um mich war, was Livestreams angeht. Es gab viele private Probleme, die nicht weiter hier hingehören, aber ich möchte mich mit diesem Video zurückmelden. Ich werde zwar heute und morgen noch nicht auf meinem Kanal streamen, aber ich werde dafür am Freitag und am Samstag, wie sagt man so schön, better than ever zurückkommen, denn wir haben etwas zu feiern. Am 8.5. war es soweit, da haben wir drei Jahre Vulvarus als Twitch-Partner gehabt. Wir konnten das nicht wirklich feiern, das war Montag, da hatte ich natürlich im Videostream keine Zeit und auch so bisher noch keine Zeit gab, das nachzuholen. Ich möchte das dieses Wochenende mit euch machen und zwar am Freitag und am Samstag, dementsprechend komme ich dann wieder zurück und wir machen ein richtig geiles, tolles, langes Wochenende zusammen. Ich habe mir überlegt, wir werden Freitag um 16 Uhr starten, ich werde wieder The Binding of Isaac spielen, das haben wir super lange nicht getan und ich habe da mega Bock drauf, da möchte ich euch mit ins Boot nehmen. Das werden wir ungefähr vier Stunden machen bis circa 20 Uhr, dann wird es Zeit für ein bisschen Community-Action, eine Sache, die wir auch sehr lange nicht mehr gemacht haben und zwar, ich habe mir überlegt, so in den drei Jahren muss ich auch irgendwie was unterbringen, was wir gemeinsam erlebt haben und sehr viel Spaß hatten. Deswegen habe ich mir überlegt, wir machen einen Mario Kart 8 Deluxe Abend. Yeah, baby. Ab 20 Uhr möchte ich ein paar Community-Matches mit euch fahren, natürlich auf der Switch, deswegen sage ich Mario Kart 8 Deluxe. Und zum Ausklang des Freitagabends werde ich dann noch ein bisschen Player Unknown Battlegrounds spielen. Alleine du mal gucken. Und am Samstag wird das Ganze dann ungefähr ähnlich stattfinden, da möchte ich dann ganz gerne um 16 Uhr mit The Binding of Isaac starten und um 20 Uhr dann das, was ihr im Hintergrund hört spielen, nämlich Hearthstone. Da können wir schauen, dass wir da ein bisschen gemeinsame Matches machen, also auch wie ich wieder ein bisschen mit euch spiele und ein bisschen Arena und zum Abschluss möchte, nee, andersrum, Quatsch. Um 20 Uhr möchte ich Player Unknown spielen, ja, und zwar mit euch, Subrunden. Jeder, der mindestens ein Jahr Sub ist und auch Player Unknown Battlegrounds spielt, wird, also nicht jeder, ich suche mir halt jemanden aus, der da ist, wird die Möglichkeit hat, also ich möchte Sub-Squats machen und wer da Bock drauf hat, ist Samstag 20 Uhr eingelangt und zum Ausklang des Samstagabends machen wir eine Trash-Nacht wie in den guten alten Tagen mit ein bisschen Hearthstone im Hintergrund. Ich hoffe, das ist cool, als kleines Drei-Jahre-Special das Wochenende non-stop mit euch zu verbringen. Sonntag, denke ich, werde ich dann eine Pause brauchen, aber da gucken wir mal. Das ist auf jeden Fall mal so die Ansage. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut für drei Jahre Wurrus auf Twitch. Ich habe euch eine Menge zu verdanken und möchte Danke sagen in diesen Streams. Vielen Dank aber natürlich jetzt schon mal. Ich freue mich auf euren Besuch. Link dazu, wer es immer noch nicht weiß, unten in der Videobeschreibung. Und ich hoffe, ich sehe euch Freitag oder Samstag. Sagt Hallo, schaut vorbei und habt ein schönes Wochenende mit mir. Macht's gut.